Was ist Dada? Eine Kunst? Eine Philosophie? Eine Feuerversicherung? Die Dadaisten provozieren mit frechen Ideen und neuen Kunstformen. Als erklärte Pazifisten fliehen sie vor dem Ersten Weltkrieg in die neutrale Schweiz. In Zürich schockiert Hugo Balders Publikum mit seiner Karawane. Anlogo bumm, blago bumm, blago bumm. Bosso, Fataka! Hugo Bald kam jetzt auf die Idee, Texte vorzutragen in einer Sprache, die nichts mehr mit der gesprochenen Sprache zu tun hatte. Die Sprache der Zeitung, die Sprache der politischen Proklamation, die Sprache der Politik, die Sprache der Dichtung, alles das hielt er für im Grunde genommen eine misslungene, durch den Krieg längst widerlegte Lüge. Was mache ich aber dann, wenn ich einen Text vortragen will und nicht mehr die Sprache sprechen kann? Ich destruiere die Sprache. Yolifanto bambla, ofali bambla, kostiger Hümpfer, harler Hohen, eckiger Koranen, higobloiko, usulahuyu, holaka, holala, anlogo bumm, blago bumm.